Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 15608 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Finde die innere Motivation, die dich antreibt, und du wirst das Unmögliche möglich machen. Finde die innere Motivation, die dich antreibt, und du wirst das Unmögliche möglich machen. Finde die innere Motivation, die dich antreibt, und du wirst das Unmögliche möglich machen. Etwas hat mich im Nacken gestochen. Ich spüre es deutlich. Etwas hat mich im Nacken gestochen. Ich spüre es deutlich. Etwas hat mich im Nacken gestochen. Ich spüre es deutlich. Der Schachlehrer erklärt den Schülern die Taktik des Spiels. Der Schachlehrer erklärt den Schülern die Taktik des Spiels. Sie ist eine zurückhaltende Frau, die ihre Gefühle selten zeigt. Sie ist eine zurückhaltende Frau, die ihre Gefühle selten zeigt. Sie ist eine zurückhaltende Frau, die ihre Gefühle selten zeigt. Sie ist reserviert und zögerlich und zeigt ihre Emotionen nicht offen. Mit den ersten Sonnenstrahlen und steigenden Temperaturen wird der Frühling eingeläutet. Mit den ersten Sonnenstrahlen und steigenden Temperaturen wird der Frühling eingeläutet. Es wird Zeit, etwas zu unternehmen. Es wird Zeit, etwas zu unternehmen. Die Rechnungen müssen jetzt endlich bezahlt werden. Du bringst so viel Freude in mein Leben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.